Alles ist, alles ist relativ normal Alles ist, alles ist uns manchmal echt egal Wenn Einstein hatte nur ne 4 in Mathe Und war später mal total genial Regeln die Karte, Formeln und Daten, Fakten, Fakten Alles ist nicht rasend wie ein riesen Speicher, den man fittern muss Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir Zuhause in meinem Bett durchs Internet Alles ist, alles ist relativ normal Alles ist, alles ist uns manchmal echt egal Wenn Einstein hatte nur ne 4 in Mathe Und war später mal total genial Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage Lass uns Freunde bleiben Paulina und Lucky haben sich versöhnt und freuen sich auf ihr Kind Denkst du bitte auch an den Geburtsvorbereitungskurs heute Nachmittag? Hm, äh, ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe Sorg du dafür, dass es klappt Schließlich bist du als werdender Vater zu den letzten beiden Sitzungen auch eingeladen Kannst kaum erwarten Bitte, bist du eben schlecht vorbereitet, wenn's losgeht Ja, was soll ich mir anmachen jetzt? Ich hab schon 5 Ratgeber gelesen, das reicht ja wohl Man lernt niemals aus Ich kann dir jedenfalls nicht erklären, was zu tun ist, wenn's so weit ist Ah! Uh! Was ist denn, Baby? Ha! Ich glaub, es geht los Um Gottes Willen Ah! Uh! Ah! Scheiße, Paulina Alles wird gut Leck dich hin, wir kümmern uns um dich Hol den Wagen, Temp, Temp Ah! Ich hab nicht mal einen Führerschein, Mann Was? Ja, dann such den Autoschlüssel. Wo ist denn die Tasche? Nirgends ist noch nicht gepackt. Ich hab dir tausendmal gesagt, du musst die Tasche packen. Jetzt kann man den Wanderer haben. Heinz hat das in drei Wochen Termin. Wo ist die Telefonnummer von dem verdammten Kreisthal nochmal? Kreisthal, wir brauchen einen Krankenwagen. Ja, hallo? Ja, wir brauchen einen Krankenwagen. Ja, schnell. Sofort. Das war nur ein kleiner Testlauf. Bis zum Stichtag habt ihr noch fett zu tun, Jungs. Monia konnte sich dank Lailas Hilfe ja immerhin etwas verbessern. Aber was ist mit Ihnen? Ja, ich konnte nicht so oft an den Nachhilfeständen teilnehmen. Sie meinen also, in Mathe und Physik auf fünf zu stehen, ist noch nicht anreizend genug, um endlich aktiv zu werden. Na ja, irgendwie muss ich ja auch noch Gigs für die Band organisieren. Und außerdem trainiere ich viel und... Ja, und dann gibt es auch noch andere... Fächer. Sie trainieren also auch mit fester Beinschiene? Das ist aber löblich. Also wissen Sie, Manuel, es reicht mir jetzt, ja? Ihre Nebenaktivitäten sind bis auf weiteres gestrichen. Hab ich mich klar ausgedrückt. Ja, meinetwegen. Gut, ist ja eh alles egal. Hey, du bist ja immer noch schockgefrostet. Nee, schon okay. Aber auf diesen Hächelkurs hab ich trotzdem nur Bock. So, Ruhe bitte. Wir beginnen heute mit einer neuen Unterrichtseinheit. Und zwar geht es um die Leuchtkraft der Sterne. Um uns auf dieses Thema einzustimmen, unternehmen wir heute eine kleine Exkursion in die Sternwarte. Cool. Da wollte ich immer schon mal hin. Ja, schön. Auf Wiederhören, ja. Das war der Typ von der Veterinärbehörde. Die Hunde haben jetzt neue Besitzer gefunden. Nehmen wir einen Zwinger. Hätten die sich bestimmt auch wohl gefühlt. Das sehe ich genauso. Wisst ihr eigentlich, worauf ich mich rasend freue? Ich, ich. Ich fahre bald nach London. Da warst du doch erst. Temse, Nebel, Hooligans. Da kann man doch nur depressiv werden. Ganz im Gegenteil. Mein Dad und ich, wir haben eine Audienz. So was hat man doch nur beim Papst. Und wonach? Einen englischen Pitbull-Verein. Da musst du mit einer Schnitzelwässer durchs Gehege rennen. Mein Dad hat uns im Buckingham Palace angemeldet. Wenn du die Liebesbriefe an den Prinzen schreibst, vergiss sie nicht per E-Mail zu schicken. Damit sie auch ja im königlichen Spam-Ordner landen. Jemand, der seine Winterferien dazu nutzt, um auf einer Plastiktüte den Erfurter Schlittenhang runterzurutschen, müsste Redeverbot bekommen, wenn es um die große weite Welt geht. Was macht ihr denn schon hier? Die Frage gebe ich mal zurück. Noch wohne ich ja wohl hier, oder? Naja, ich dachte, ich stelle schon mal die Babywiege auf. Kannste gleich wieder einen packen. Der kleine Panke wird in der Hängematte erwachsen werden. Wird das jetzt ein Babybetten-Contest? Ja, wir Persönkes müssen ja immer in Bewegung bleiben. Wer wüsste es besser als du? Deshalb wird sich das Kleine in meiner selbstgebauten Wiege am wohlsten fühlen. Vergiss es. Little Heinz würde in meiner dritten Welthängematte fennen. Ach, und was ist, wenn er rausfällt? Plopp. Eins zu null für meine fallesichere Wiege. Paulina steht drauf. Und die muss es ja wissen. Ja gut, wenn die Mutter des Kindes sich das so wünscht, dann... Ach, nix da. Der Gewinner des Contest heißt Heinz Pazulke. Guck mal, wie süß. Stürmen wir ab. Wer ist für Leons und Lena? Und wer für Beuzek? Wehe, es meldet sich jemand. Ein Fragment, wie sich das schon anhört. Seit der letzten Aufführung habe ich konsequent an mir gearbeitet. Das Method-Acting bringt's voll. Ich bin mir sicher, dass ich der Rolle als Lena gerecht werde. Sorry, Vivian, aber der Part passt besser zu Carla. Das wäre geregelt. Wir brauchen aber noch einen Leons. Ich hätte da eine Idee. Zum neuen Schulhyp hier hat sich ein gewisser Freddy Lennox angemeldet, der auch Interesse an der Theater-AG hat. Lennox? Hm. Ist der charismatisch genug für die Rolle? Laut Anmeldebogen? Und Foto? Ja. Und Haltung kann er sicherlich auch bewahren. Er ist Mitglied in einem der elitärsten Golfclubs Englands. Wow. Klingt ja echt interessant. Vielleicht könntest du ja sein Caddy wehren. Klappe. Du bist doch nur neidisch, weil du nie in solchen Kreisen verkehren wirst. Paulina, ihr müsst dann machen. Wir gehen nicht zum Kurs. Ach komm, fang nicht wieder damit an. Klar geht ihr euch. Welchen Teil an einen raffen sie eigentlich nicht? Wieso geht ihr denn nicht? Viele Gründe. Einer, ich habe schon acht Sessions Kursgelaber hinter ihm. In Worten acht. Und ich habe keinen Bock auf das Nachstellen von Gebärpositionen. Wozu soll ich das überhaupt üben? Ja, die Zeiten haben sich geändert. Du bist da eingeladen. Das weiß ich warum. Außerdem bereut man im Leben nur das, was man nicht getan hat. Gib mal her den Pinsel. Was denn? Naja. Naja, es gibt noch einen anderen Grund. Wir gehen heute Nachmittag auf Exkursionen. Mit Herrn Berger. Ja, wir wollen schließlich so wenig wie möglich in Physik verpassen. Na ja. Und wenn der Braten erstmal auf der Welt ist, haben wir genug zu tun. Das ist doch so ein Totschlag-Argument. Komm. Geh du doch für mich zum Kurs. Du notierst ja alles und heute Abend erzählst du es uns um. Ich? Niemals. Bis dann. Viel Spaß. Und in dieser Richtung, das heißt in Südwesten, kann man abends in der Dämmerung sehr schön die Venus betrachten. Das heißt volkstümlich den sogenannten Abendstern. So, jetzt gehen wir mal alle runter und betrachten unten noch die Dias. Im Herzsprung-Russell-Diagramm ist jeder Stern mit einem Punkt entsprechend seiner Leuchtkraft dargestellt. Wir unterscheiden im Wesentlichen vier sogenannte Besetzungsgebiete. Weißt du, dass du mein bevorzugtes Besetzungsgebiet bist? Das wichtigste Gebiet ist die sogenannte Hauptreihe, mit der wir uns heute intensiv beschäftigen wollen. Und das sind die weiten Haupt-Rennsterne im Pauliner-Universum. Die Hauptreihe enthält zum Beispiel unsere Sonne, aber auch Alpha Centauri, Sirius A und Vega. Sirius übrigens einer der hellsten Sterne am Himmel. Antares und Riegel sind sogenannte... Sirius. Da gibt es noch die weißen Zwerge, aber mit denen beschäftigen wir uns erst in der nächsten Stunde. Jetzt, bitte, jetzt ein paar Impressionen des nördlichen Sternenhimmels, bitte, hier im Zentrum... Wow, wie wäre es, wenn wir unseren Braten nach einem Stern benennen? Du meinst Riegel-Pasolke? Also an Alpha Centauri könnte ich mich ja noch gewöhnen. Nein, auf Heinz haben wir uns ja schon geeinigt. Aber was hältst du denn von einem Doppelnamen? Zum Beispiel... Heinz Sirius Pasolke. Ey, fetzt wohl. Gebummt. Eine Sternmarte ist doch kein Callcenter, verdammt normal. Nur ganz kurz. Paulina? Heinz, wir sind mitten im Unterricht. Die Antwort lautet nein. Das Handy, ja. So, und die anderen Handys sammle ich auch gleich mit ein. Darf ich bitten? Hallo. Entschuldigung, gehören Sie zu meinem Kurs? Wie? Eigentlich gehöre ich zu Paulina Pasolke. Ach nee, Sie sind der Vater, ist ja witzig. Nee, nee, so ist es nicht. Ich bin höchstens so eine Art Zweitvater. Genetisch bin ich der Onkel, also der Großonkel des Babys meiner Patentochter Unnichte. Die Parallaxe des Sterns Sirius im Sternbild großer Hund beträgt nach den Messungen P gleich 0,375 Sekunden. Sehr schön. Dann könnt ihr jetzt auch schon zur nächsten Frage kommen. Wie weit ist Sirius von der Erde entfernt? Also ich würde sagen, so circa ein Meter. Hallo Manuel, ich telefoniere gerade mit meinem Geodray. Spazier mich viele Kosten. Erfahre ich von Herrn Siebert vielleicht, wie weit Sirius von der Erde entfernt ist? Keine Ahnung. Sollen wir das Ergebnis in Pasek oder in Lichtjahren angeben? Es ist nett, dass Sie Ihrem Ex-Schüler helfen wollen, Leila, aber das ist leider zu spät, fürchte ich. Sie sollten sich schleunigst allein auf Ihren Hosenboden setzen. Ja, das muss ich mir nicht geben. Manuel, das wird ein Nachspiel haben. Herr Berger, kann Lucky mich nach Hause begleiten? Mir ist plötzlich so komisch. Ja, ja, natürlich. Gute Besserung. Das habe ich mit der Farbe verloren. Ich glaube, Basirius war mir. Was? Was? Basirius? Basirius, ja, natürlich. Ähm, genau. Halt. Wow, cool. Wir beide hier oben. Ich schuze gleich ab. Es kommt noch besser. Was ist denn da? Gib mir zehn Sekunden. Picknick in der Sternenwarte? Wie geil ist das denn? Naja, lange dauert es ja nicht mehr, dass wir noch alleine was zu zweit machen können. Da dachte ich, wir hängen hier noch eine Runde ab. Wenn du willst, bleiben wir, bis es dunkel wird. Und dann sehen wir Sirius. Live und in Farbe. Hey. Was ist denn? Geht schon wieder. Ein Sirius hat bloß ein bisschen rumgeturnt. Du meinst, er steht jetzt nicht mehr Kopf? Doch schon. Mach das bloß nicht nochmal kleiner. Sorry, Lucky. Es ist echt total schön hier. Aber besser, ich hau mich zu Hause aufs Ohr. Mir ist echt plötzlich gerade ein bisschen übel. Ist doch kein Ding. Wo bleibt Paulina denn? Ja, der ist was dazwischen gekommen. Schade, na dann legen wir jetzt ohne sie los. Komm mit. Ich sag jetzt einfach, Ju ist üblich. Ja, aber ich bin doch gar nicht da eingeladen. Na los. Diese Kurseinheit hat doch keinem Mann geschadet. Wahrscheinlich ist mir nun das Butterbrot nicht bekommen. Ach, von sowas wird einem doch nicht schlecht. Vielleicht war der Trippel hier doch ein bisschen too much für dich. Nein, wo sind die denn? Das wissen wir gleich. Shit, die sind weg. Wir sind eingeschlossen. Was? Keine Panik, Dave. Ich seie mich draußen ab. In zehn Minuten ist der Ausgang frei. Geht klar. Die Geburt beginnt meistens mit regelmäßigen Wehen in Abständen von ungefähr fünf Minuten. Wie lange dauert denn so eine Trainingseinheit? Ungefähr 30 bis 60 Sekunden. Ja, und was macht man dann? Sich die Uhrzeit einprägen. Warum das denn? Wenn die nächste Wehe in ungefähr fünf Minuten wiederkommt, kann man davon ausgehen, dass das Kind in den nächsten 24 Stunden zur Welt kommt. Ja. Cool, du hast ja am Ende der Treppe schon wieder richtig Gas gegeben. Ja, da geht's auch schon wieder besser. Lucky, du musst jetzt echt stark sein. Ich trag dich auch wieder runter, wenn's sein muss. Das sind Wehen. Es geht los. Haha, der Joke des Jahres. Nochmal verschaukelst du mich nicht. Was ist denn? Ich... Ich glaube, die Fruchtblase ist gerade geplatzt. Wie riecht das? Gut. Richtig. Jetzt hast du eine Vorstellung davon, wie Fruchtwasser riecht. Wenn ich die Parallaxe habe, muss ich nur noch den Reziprogenwerte rechnen. Und schon habe ich die Entfernung in Parsec. Super, Tim. Bei den meisten Neunen und Zehnern ist da kein Land in Sicht. Apropos Zehnern. Der Neue klingt ja ziemlich verheißungsvoll. Du meinst, ist aber nicht diesen, ähm, wie heißt der, Freddy Lennox? Doch, der soll ein absolutes Ausnahmetalent sein. Was? Ist der eigentlich adelig? Wie kommst du denn auf sowas Absurdes? Naja, ich hab mal recherchiert. Der erste Duke von Richmond heißt auch Lennox. Aha. Ja, Unsinn. Freddy ist ein ganz normaler Junge. Ja, der dir übrigens keinesfalls das Wasser reichen kann. Seine Noten sind so unspektakulär wie eine Primzahl. So, wo hab ich denn eigentlich... Oh, nein. Falls du mich übrigens nicht wiedersehen solltest, halten mich die Schüler wahrscheinlich im Gewölbekeller gefangen. Wieso das denn? Ich hab den Karton mit den konfiszierten Handys in der Sternwarte vergessen. Naja. Hilfe! Hey! Hier oben sind wir! Hilfe! Oh, hör auf! Die Sternwarte liegt am Arsch der Welt. Ich höre dir eh keiner. Hilft uns! Ihr kommt gleich und geht zur Welt! Oh, Lack, ihr lasst den Scheiß endlich! Ich brauch dich jetzt hier! Hilfe! Hilfe! Ist gut, ich bin da. Wo tut's denn gerade weh? Im Bauch, überall, im Rücken. Mach mir mal eine Kreuzbeinmassage. Kreuzbein? Klar, Kreuzbein. Verdammt, du warst doch mal! Oh, das bringt nichts weiter unten. Und doller. Oh, das Kreuzbein ist weiter unten, Mann! Gut so? Wir müssen rauskriegen, ob die Wehen mittlerweile kürzer werden. Stopp mal! Ab jetzt! Stopp mal! Oh, es hört nicht mehr auf! Ja, und was macht man dann? Am besten sofort die Hebamme im Kreislein anrufen. Und dann nichts wie ab ins Krankenhaus. Ja, das ist ja. Ja, das kann ich schrägsten Baby-Outfits anhaben. Ich find ihn trotzdem immer total süß. Ja, ja. Echt putzig, so ein kleiner Schreihals. Pst! Okay, Zim! Wie war der Matheförderunterricht? 1a! Wir haben kaum gerechnet. Berger hat den Laberflash. Über Freddy Lennox, den Neuen. Wie ist denn der so? Freddy ist mit dem ersten Juke von Richmond Charles Lennox verwandt. Aber pst! Top Secret! Ist ja voll ärmer! Muss man den mit königlicher Hoheit ansprechen? Bloß nicht! Du weißt doch! Selbst der alte englische Adel muss sich heutzutage ein volksnahes Image anlegen. Kombiniere! Darum kommt der Typ auf einen Stein. Genau! Der will ganz normale Leute kennenlernen. Deswegen hat er auch seinen alten Elite-Golf-Club verlassen. Klingt ja echt sympathisch. Weißt du, wann Freddy hier einläuft? Vor einem Mann essen, glaube ich. Tschüss! Was? Hallo? 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 Ist da jemand? Was ist denn hier los? Was? Das dachte ihr nicht wahr seid. Ich dachte ihr seid... Was macht ihr denn da? Wie sieht's denn aus? Verdammt, wir kriegen ein Baby! Und der Braten will endlich raus und das tut zu Hölles weh! Ich hab echt schon, dass was schief geht! Ruf Hilfe! Ruf Decken, Tücher und warmes Wasser! Alles gut, meine Herr! Hab keine Angst! Ich war bei der Geburt meiner Tochter dabei! Atme es langsam, tief, ruhig, okay? Und wenn die nächste Wehe kommt, dann presst du, okay? Halt dich einfach an das, was ich dir sagen! Sie sind doch mein Matze- und Physiklehrer! Kurz atmen jetzt! Kurz atmen! So ist gut! Sehr schön! So ist gut! Langsam! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Ey, du schaffst das! So ist gut! Jetzt entspann ich! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Bis die nächste Wehe kommt! Ganz ruhig! Okay? Und pressen! Ja, so ist es cool! Du machst das super! So schön! Weiter! Stopp! Stopp! Und noch mal pressen! Noch mal pressen! Und noch mal! So ist gut! Wunderbar! Wunderbar! Du machst das ganz toll! Okay! Du machst das klasse! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Ich kann das Köpfchen sehen! Und los! Du machst das klasse! Halt dich das Kind eigentlich richtig so? Das Köpfchen ist immer das Wichtigste! Bitte den Nacken noch ein bisschen mehr stützen! Ah ja! So? Ja! Hey Bea! Wie geht's dir? Ich bin total high! Guck mal wie süß der ist! Und voll klein! Hey Heinz Sirius! Willkommen an Bord! Sirius? Kleine Hommage an Ihrem Unterricht! Au! Danke Mann! Danke Herr Bergen! Gerne geschehen! Aber ab jetzt übernimmst du wieder! Ja! Klar! Ah! 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 Lucky ist Vater geworden! Ja! 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 Hi Freddie. So geht das nicht. Hi Freddy, I'm ... Geht weg da, na los! Hallo, SMS von Perga? Gibt's ja nicht. Ich fasse es nicht! Wahnsinn! Ja da, ich bin Großonkel geworden. Yippie! Ich hoffe, der sich jetzt hinter das Steuer. Das gibt's nicht. Der ist echt durch. Auf Blut hat er das eben verlassen. Hi Freddy. I'm Vivian. Nice to meet you. Du kannst auch Deutsch mit mir reden. Guten Tag. Wusstet ihr übrigens, dass Heinz Sirius im ersten Leben, dass er sein Gewicht um 300% Steilhelm ist? Das hängt mit dem exponentären Wachstum. Warum hat mir keiner Bescheid gesagt? Ja, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Appersulke. Ich hätte Ihnen gerne meinen Job als Geburtshelfer abgetreten. Wie? Sie? Sie haben das Kind... Ja. Das vergesse ich Ihnen nie, Dr. Berger. Danke schön. Dulci, Dulci, Dulci. Ja, Dulci, 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 Dulci. Alles ist, alles ist relativ normal. Alles ist, alles ist uns manchmal echt egal. Wenn Einstein hatte nur ne Bier in Matte und war später mal total genial. Alles ist, alles ist... Leute, keine Panik. Ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.